Salam alaikum, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf alle Gäste, Ehrengäste, den Herrn Botschafter der judanischen Botschaft, Herrn Botschafter, herzlich begrüßen. Es freut uns sehr, dass auch dieses Mal bei unserem Workshop Art for Art sehr viele Artisten aus verschiedenen Ländern zu uns gekommen sind. Wir haben Artisten aus Jordanien, aus Ägypten, aus dem Irak, aus Syrien, aus Österreich zu Gast. Und die Werke, die in dieser Woche entstanden sind, sind hier ausgestellt. Es ist uns eine sehr aufregende und spannende Aufgabe, die Brücken zwischen verschiedenen Kulturen der verschiedenen Ländern zu bauen. Und wir machen das sehr gerne und es ist wirklich sehr spannend. Und was dabei herauskommt bei diesem Erfahrungsaustausch, bei diesem künstlerischen Austausch, sieht man hier in dieser Galerie. Begrüßen möchte ich auch unser Orchester. Es ist auch für uns, nicht nur für uns, sondern auch für andere Gäste buchbar. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr es kommen seid. Ich möchte meine Rede schließen und das Wort dem jordanischen Botschafter, seiner Exzellenz, weitergeben. Ich kann es verstehen, es ist meine Zeit. In Bismillahirrahmanirrahim. As'ad Allahum as'akum jami'an. Guten Appen, for our friends in Austria. Just a few words, before I shift to Arabic, I would like to thank Mr. Hofer for inviting me to this conclusion of a wonderful event that has been done during the last four months. Nothing like art, nothing like this beautiful art, music, can bring people closer and can bring people together. It is the language that everyone can understand. It's the language that everyone can communicate with and it is the language that we don't need translation to get through and to understand each other through. I believe that it was a wonderful idea to bring this collection of our compatriots from Jordan, from Arabic brother Kahn, from other countries, to Austria, to our friend with Austrian artists together trying to build up this wonderful work during this workshop. So I would like to thank you again Mr. Hofer for organizing this workshop and I would like to congratulate you on the success. As I can see, it really says a lot about the good effort that has been invested in this wonderful effort. Congratulations. Thank you very much. Thank you for getting out to me, and for our very loving friends, I will be on my regular degrees. Thank you so much. As you said such as good est implementing, there is no time to do guitar Iani, but during getting to French, yahoo, und die es gibt. Das war's für heute. Und wir sehen uns auch in anderen Bereichen in der Zukunft. Und wir sehen uns auch in den Ausgaben, die auch in den USA-Arabien zu helfen. Und wir sehen uns auch in den USA-Arabien von unseren Eltern in Europa. Und wir sehen uns auch in den Namesa-Arabien. Wir sehen uns wieder einmal. Vielen Dank.